Bretton Protection presents Kau kau Bist du dumm, 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 dumm Ich komm im G-Wagon als Bett um hol ich Dreiundsehzig Shahn Egal woher du bist ob auf Platte oder Villa Zieh jetzt durch und zeig jetzt ein du bist Killer Kein Rückzug, kein Aufgeben, 100 Prozent, sobald der Ring grüßt auf sich. Herzlich willkommen zu Fame for Pain, der größten Kampfshow im deutschsprachigen Raum. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Neosubs und SmilerDocs bedanken. Mit ihrer Unterstützung können wir diese Show realisieren, denn zum ersten Mal in der Sporthistorie wird eine Frau gegen einen Mann nach MA-Regeln kämpfen. Julia gegen Stefan. Also Bratanz, lehnt euch zurück, nehmt euch was zu essen. Fame for Pain. Wir haben Ärzte da, wir haben Sanitäter da, Ringrichter ist heute Bernd Kornmeier. Wir haben heute die Ehre, zwei Kommentatoren begrüßen zu dürfen. Matthias Preuß, Klaus Nonnmacher. Endlich kommen wir jetzt zu dem Kampf, auf den wir lange gewartet haben, Bratanz. Als erstes kommt zu uns in den Ring Julia, 22 Jahre alt, aus Frankfurt, ursprünglich aus Montenegro, die sich nicht traut, nur gegen einen Mann anzutreten, sondern die schon sogar gegen einen Tiger gekämpft hat. Herzlich willkommen, Julia. Fame for Pain. Julia, die Frau, die für Frauenrechte mit Fäusten kämpft. Was würdest du sagen, wenn Stefan dich anzeigen würde nach dem Kampf? Bitte nicht, in meinen Ordner hast du keinen Platz mehr für anzeigen. Ich freue mich echt auf den Kampf. Sogar Kevin und Slavik haben sich nach der Torschau eingekackt. Julia musste viel Kritik einstecken. Cringe, respektlos, arrogant. In welcher Runde denkst du, gehst du K.O.? Ich hoffe nicht in der ersten. Die hat gegen den Tiger gekämpft, Liga. Hat sie wirklich gegen einen Tiger gekämpft? Oder wird Stefan der erste Tiger sein, der sich the facts? Weil die Leute sind am Boden und du kannst weiter drauf demolieren und das fand ich richtig geil, richtig stabil, krass. Wenn ich dich wieder sehe, kriegst du wieder einen Glatsch. Oh, was habe ich mich da hingelassen? Zu spät, würde ich mal sagen. Stefan, heute wird eine Frau dir zeigen, wer der richtige Mann im Kiepik ist. Bist du dumm, 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 dumm. Ich komm in Gewag, auf Wett am Rollstrahlen, 63 AMG. Was geht um Schnee aus dem Weg, wenn ich werbe, dies für Mius wirkt. Du frotzt so, dass klar wie Kälte zittert, krach ich zwerdenass. Mein Ich im Jogger, ins Meeting von Chapter Universe im Platz. Let, halt mein Abschlein, geh zur Seite, zu Zutus. Ziefer bei einer Schichtheit, ich mach Watte, wenn ich heiß bin. Mein ES-Morz im Kader, hab gewacht aufs Beste. Es war schwer, einen Gegner für Julia zu finden, der sich traut, gegen sie im Ring anzutreten. Ihr habt selber gesehen. Aber wir haben jemanden gefunden, Stefan, 37 Jahre alt, aus Berlin, der wie er selbst sagt, ich würde mit ihr lieber was anderes anstellen, als mit ihr zu kämpfen. Herzlich willkommen, Stefan! Was anderes mit ihr machen, dachte sich der Bratan vor der Talkshow. Ich hätte ein Idealfall, wie du den Kampf beenden würdest. Ich dachte, Stefan würde jeden Moment die Talkshow verlassen, aber der Mann hat mehr Eier als 12-jährige Hate-kommentierende Keks. Er nennt sich selber Psycho, Stefan, der, der die fliegenden Gummifäuste mit dem Gesicht abwehrt. Stefan stand so, als wenn er an der Tür steht, so, als er Reitschaft war gleich Null. Der einzige Bratan, der den Schwanz nicht eingezogen hat und sich traut, gegen Julia anzutreten, ihr Motherfucker. So, Julia, ich bin kampfbereit. Ich hoffe, du auch. Ich müsste den richtigen Tiger kennen, ja. Lass uns in den Käfig gehen, ich trete gegen ihn an, bin wie TNT. Explosiv, Kämpferherd, echter Schmerz im Oktagon, Actionblatt. Fave for Pain, keine Gewichtsklassen. Fave for Pain, will sie heute über dich schlachen. Komm zu Fave for Pain, zeig, was du kannst. Schein wie ein Star, immer weiter mein Brat. Fave for Pain, jeder kann abdrehen. Fave for Pain, kämpfen und antreten. Fave for Pain, zeig, wer du bist. Ein einziger Kick kann es. Kämpfer in die Mitte. Ihr kennt beide die Regeln. Haltet euch an die Regeln, hört auf meine Kommandos und das Wichtigste, Selbstschutz. Schützt euch die ganze Zeit. Habt ihr Fragen? Keine? Dann shake hands. Und ab in die Ecke. Und Bernd Kornmeier hat den Kampf jetzt freigegeben und für Stefan wird es darauf ankommen, möglichst lange hier im Stand seine Aktion setzen zu können. Der erste Linke hat er schon gefangen. Julia, starkes Mädel, knapp 80 Kilo Kampf erprobt und die greift hier gleich an, setzt Stefan unter Druck. Wieder schön die Linke zwei, dreimal jetzt schon mit der Linken durchgekommen. Ja, boxerisch ist ja eindeutig die Bessere, das zeigt sich ja schon in dieser Anfangsphase des Kampfes. Immer wieder die Linke, die Rechte hat sie gar nicht eingesetzt, doch jetzt links, rechts und ein harter Kick zum Kopf von Stefan. Ja, das sieht man natürlich, obwohl Julia eine Frau ist, aber Julia hat halt einfach Kampferfahrung, dem Stefan leider ein bisschen fehlt. Na ja, hat früher mal Kickboxen gemacht, aber das ist auch schon 50 Jahre her. Und es ist natürlich schwierig, gegen so eine kampferfahrene Frau anzutreten, ist klar. Und sie hat Kraft, das sieht man auch. Und sie ist wieder stark, auch mit den Füßen. Hartes Knie zum Kopf. Na, er versucht jetzt hier erstmal mit Kicks da ihn aus der Fassung zu bringen. Er atmet schon tief durch, der Stefan. Dreimal, drei Runden kann natürlich auch sehr lang nicht sein, wenn man nicht hundertprozentig trainiert ist. Dann immer wieder dreht er sich immer weg leichter und sie kommt und kommt, die Linke. Schön zum Kopf durchgekommen. Ja, immer wieder, immer wieder die Linke, mit der ist er wirklich schnell. Sie macht jetzt einen Auslagewechsel, um die Linke mit der hinteren Hand zu bringen. Und sie schaut, bumm. Und noch mal das Knie und jetzt wieder abgedreht. Da zieht das Gesicht. Hat hart getroffen worden, hat wehgetan. Bisher ist er noch nicht mit einer Aktion durchgekommen, der Stefan. Aber natürlich auch Respekt, da sieht man, es tut weh, wenn man dann nach vorne geht. Wieder mal Auslagenwechsel bei Julia. Starke Kämpferin. Drei Kämpfe bislang im MMA. Alle drei gewonnen, alle drei vorzeitig. Und wenn man sieht, wie es hier zur Sache geht, dann kann man sich das gut vorstellen, dass es schwer ist, gegen sie zu bestehen. Als Frau vor allen Dingen. Wenn sich ja den Stefan vermöbelt, immer auch wieder das Knie wunderbar eingesetzt. Ja, Julia dominiert den Kampf, sie lässt sich Zeit. Und Frau Stefan sollte mal einen beherzten Angriff machen. Ja, das war noch nicht rum. Das war nur die Markierung für die nächsten zehn Sekunden. Ja, sie wollte gerade den Boden zwingen. Also die erste Runde braucht man sich nicht drüber groß. Die erste Runde ging ganz klar an Julia. Ja, Stefan hatte mal, glaube ich, am Anfang zwei Fäuste am Körper landen können. Aber Julia hat auch, ich denke mir, sie hat sogar Tempo rausgenommen aus dem Kampf. Und will wohl noch eine Runde mit Stefan kämpfen. Wenn man sich Stefan anguckt, der pumpt schon ganz schön wie Maikäfer. Also die erste Runde hat ihn schon ziemlich Kraft gekostet. Faith for pain, lass uns in den Käfig gehen. Ich drehte gegen ihn an, bin wie TNT. Explosiv, Kämpferherz, echter Schmerz im Oktagon. Action bleibt. Fan for pain, keine Gewichtsklasse. Fan for pain, will sie heute über dich schlachen. Komm zu Fan for pain, zeig, was du kannst. Schein wie ein Star, immer weiter mein Brat. So, zweite Runde. Mal schauen, ob Stefan die Kraft hat, hier das durchzustehen. Trainer ruft, dass wir mal locker stehen. Das ist aber gar nicht so einfach. Wenn der Trainer steht. Ja gut, er hat immerhin die erste Runde. Aber ich würde Stefan auch empfehlen, die Hände ein wenig höher zu halten. Weil Julia kommt natürlich immer mit ihrer schnellen... Sie ist natürlich auch groß, 1,82. Und ihre Reichweite schön, wie da die linke dreimal reingedrückt. Aber jetzt wird er aggressiver. Jetzt versucht er, hier ein paar Treffer zu setzen. Zack. So, sie sagt jetzt hier, komm, Junge, hau, versuch mich mal zu treffen. Komm, komm. So langsam wird es hier ein bisschen ruppiger. Ja, sie hat ihn schon am Hals. Ja, sie versucht ihn da irgendwie... Sie versucht ihn zu schmeißen. Ja, am Boden. Er hat mir vorher gesagt, wenn es am Boden geht, dann will ich mal abwarten, was kommt. Aber... Steh auf! Steh auf! Steh auf! Immer wieder harte Treffer zum Kopf. Zumindest ist er wieder nach oben gekommen. Aber Stefan ist immerhin wieder aufgekommen. War aber cool. War cool gemacht, muss ich sagen. Hat er zwei, drei Treffer einstecken müssen. Aber er hat da echt gut gelöst, die ganze Sache. Langsam hat er aber genug Schläge kassiert. Also er dreht halt immer mal wieder weg. Steh auf! Stefan, komm, ich mach raus da jetzt! Ja, sie ist ein eindeutiger, die Dominierende im Ring. Aber gefällt mir gut. Ihr Kampfstil, ihre Aggressivität, ihr macht es auch geschickt. Kombiniert mit dem Knie, mit dem Fuß, mit den Fäusten. Im Moment kann Julia keinen Final Punch landen. Ja, weil er hat immer wieder wegdreht. Ach, da war auch mal nicht schlecht. So, dann auch nochmal die Rechte. Oh, der hat wieder wehgetan. So, geht er dazwischen. Bernd Kornmeier. Und bricht den Kampf ab. Fan4Pain Durch technisches K.O. in der zweiten Runde gewinnt Julia aus der Roten Ecke. Fan4Pain Lass uns in den Käfig gehen Ich drehte gegen ihn an Bin wie TNT Explosiv, Kämpferherz Echter Schmerz im Oktagon Action bleibt Fan4Pain Keine Gewichtsklasse Fan4Pain Will sie heute über dich lachen Komm zu Fan4Pain Zeig, was du kannst Schein wie ein Star Immer weiter, mein Brat Von mir und von allen hier Beteiligten Absoluten Respekt Waren die Fäuste härter Als die Gummifaust? Ja, ja, um einen Ritt Was für ein Gefühl hattest du beim Kampf? Als ich würde gegen eine Mauer rennen Die hat sich krass verfolgt, ja? Auf jeden Fall Was würdest du nach diesem Kampf Den jungen Zuschauern, jungen Kämpfern Mitgeben wollen? Tretet nicht gegen Julia an Du hast einen sensationellen Kampf gezeigt Vielen Dank Und du gehst auf jeden Fall Als Gewinner der Herzen raus Das war nur die Aufwärmung Jetzt will ich den nächsten bitte hier rein Ja? Will jemand rein mit mir? Ich hab jetzt voll Bock Ich bin nur aufgewärmt Okay, okay Seid ihr sicher? Ich komme Ich komme noch in der Runde jetzt direkt Ich würde es machen Ja Jetzt sofort würdest du gegen Julia antreten Sie geht sich vorbereiten Wie war das Gefühl gegen Stefan anzutreten Überhaupt gegen einen Mann anzutreten? Ja, ich mache ja jeden Tag Sparring mit den ganzen Männern Aber jetzt mal so richtig im Cage Dass es so nicht richtig original ist Das ist voll stabil Gefühl und so So ein Mann vor mir Das ist stabil, ja Du hast auch sehr, sehr schön gekämpft Du warst in der ersten Runde Hast du im Stand eher Bist du auf den Stand gegangen Danach in der zweiten Runde bist du eher auf den Boden Dass wir ein bisschen so auf Distanz Mal arbeiten Gucken, wie der überhaupt macht Weil wir kennen ihn ja gar nicht schon so Dann gucken wir halt Und dann mitten im Kampf hat er mir gesagt Ich soll runter mit dem gehen Dann habe ich dann gemacht Dann hat er unten Bam, bam, bam Wieder hoch Was sagt dein Trainer dazu? Wie war der Kampf? Was sagt dein Trainer dazu? Wie war der Kampf? Er ist eigentlich ganz zufrieden Ich habe die Arbeit auf ihn gehört Und genau Willst du was den Zuschauern draußen sagen? So wie ich jetzt bin War ich nicht vom ersten Kampftag an Ich wurde auch viel ausgelacht Weil ich das und das nicht konnte Ich habe mich sogar geschämt Schattenboxen zu machen Jetzt würde ich sogar In der U-Bahn Schattenboxen machen Meldet euch Oder geht Probetraining Das wird aus euch Auf jeden Fall mehr herausholen Seid ihr euch immer noch sicher Dass ihr jetzt Den zweiten Kampf machen wollt? Safe Braucht diese Frau hier drin Ein bisschen habe ich schon damit gerechnet Dass sie ausrasten Und noch mal kämpfen will Wir stellen euch jetzt Die Gegnerin vor Also ich dachte Sie kommt jetzt sofort rein Mein Trainer dachte Sie kommt sofort Wir wussten nicht Jetzt natürlich unterschreiben Doktor kann nicht alles verstehen Muss so sein Ich habe dann abgekühlt Hat jetzt nicht gepasst Ich würde gerne Dass wir noch mal Ich würde gerne Dass wir kämpfen Ich bin auf jeden Fall dabei Mein Trainer sagt auch ja Es ist jetzt alles Sehr emotional gewesen Sarah du hast dich vorbereitet Gerade In der Zeit bist du abgekühlt Also ich würde gerne Gegen Julia antreten Wenn du das möchtest Sehr gerne Ich bin auch bereit Wir treffen uns hier wieder Mit Vorbereitung bei Fame for Pain Ja? Yes Ja Die mussten unterschreiben Es muss ein ärztlicher Check sein Und so weiter Deswegen hat ein bisschen Zeit gebraucht Und natürlich ist in der Zeit Julia kalt geworden Aber wir werden diesen Kampf organisieren Wir werden beide nochmal einladen Das wird die größte Deutschsprachige Kampfshow Fame for Pain Frau gegen Mann Wir und ihr da draußen Durften alle dabei sein Ich bin den Zuschauern Hier im Studio dankbar Dass ihr da wart Dass ihr unterstützt habt Ich bin dem Team dankbar Dass sich vorbereitet hat Dass alles hier aufgebaut hat Ich bin den Kämpfern dankbar Denn ohne die Wäre das alles gar nicht Hier passiert Und wir konnten das alles Gar nicht anschauen Wie hier Ihr da draußen Dankeschön an die Kämpfer Und vor allem Dankeschön an euch da draußen Die das unterstützen Kommentieren Liken Und verbreiten Dank euch Werden die Sportler Einen neuen Ort haben Die Show wird wachsen Und hier werden sich die Sportler Und neue junge Talente Die vielleicht jetzt zuschauen Die vielleicht noch gar nicht Mit Kampfsport angefangen haben Sich verwirklichen können Und dass Fame for Pain Euch Kraft und Motivation gibt In verschiedenen Lebensbereichen Nicht nur im Kampfsport Um nicht aufzugeben Sondern weiter zu kämpfen Like Bratuchas kommentiert Die Kämpfer, die Familien Das gesamte Team Freut sich über eure Kommentare Vergiss nicht den Kanal zu abonnieren Um die nächste Show Nicht zu verpassen Fame for Pain Die größte Kampfshow Im deutschsprachigen Raum Dankeschön Fame for Pain Lass uns in den Käfig gehen Ich trete gegen jeden an Bin wie TNT Explosiv Kämpferherz Echter Schmerz Im Oktagon Action bleibt Fame for Pain Keine Gewichtsklasse Fame for Pain Will sie heute über dich lachen Komm zu Fame for Pain Zeig was du kannst Schein wie ein Star Immer weiter mein Brat Egal woher du bist Ob aus Platte oder Villa Feel Feel